Prinzessin Mette-Marit von Norwegen leidet an Lungenfibrose, einer Krankheit, bei der sich der Bindegewebsanteil in der Lunge krankhaft vermehrt. Nun muss die Kronprinzessin sogar einen Termin abbrechen, da es ihr nicht gut ging, wie der Königspalast gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur NTB schreibt. Demnach besuchte die Frau von Kronprinz Harkon am 27. September in Oslo das Frauenzentrum Stella des Roten Kreuzes. Dieses feierte sein zehnjähriges Jubiläum. Nach bereits 15 Minuten musste Mette-Marit jedoch abbrechen, da ihr die Nebenwirkungen der Medikamente gegen ihre Lungenfibrose zu schaffen machten. Vor ihrem Abbruch schaffte sie es jedoch noch, einige Mitarbeiter des norwegischen Roten Kreuzes, bei dem sie Schirmherrin ist, zu treffen. Bleibt zu hoffen, dass es Mette-Marit von Norwegen schnell wieder besser geht.